Hallo, ich bin Robin. Ich mache die Lehre zum Zimmermann bei der Hürzler Holzbau AG und ich und meine Kollegen zeigen euch jetzt etwas über unseren Alltag. Als Zimmermann arbeitet man hauptsächlich mit Holz. Man bauten die Holzbauten oder neue Holzbauten auf. Mir persönlich gefällt bei der Lehre als Zimmermann, dass es so vielseitig ist und dass man mit so vielen Gewerken zusammenarbeiten kann. Hallo zusammen, ich bin Mika, ich bin im zweiten Lehrjahr und bin in der Produktion am Weichfaserplatte-Schneiden. In der Lehre als Zimmermann gefällt mir sehr, dass man am Ende vom Tag sieht, was man gemacht hat und das Handwerken hat mich schon immer interessiert. Hier beim Hürzler Holzbau hat es sehr viele nette Vorarbeiten, die einsichtig sind und es wird einem sehr gut geholfen. Hallo zusammen, ich bin Lorena, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und schneide gerade Weichfaserplatte für die Mika zusammen. Was ich am Hürzler Holzbau gut finde, ist, dass wir im Team zusammenarbeiten können, dass wir froh können, ob wir gehen können und auf unterschiedlichen Baustellen arbeiten können, egal ob klein oder gross. Bei uns bekommst du zusätzlich, wenn du ein Zeugnis über einem fünffesten Schulwagen startest. Wenn du ein Autobilett machst, wird du finanziell unterstützt. Wir werden jetzt eine neue Halle bauen und dort wird es eine neue Lehrlingsecke geben. Wenn auch du beim Hürzler eine Lehre machen möchtest, dann solltest du gerne draussen arbeiten, ein Handwerkwechsel geschickt haben, keine Höheangst haben und im Team zusammenarbeiten können. Willst auch du eine Lehre als Zimmermann beim Hürzler Holzbau machen? Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.